Oh ihr Mio, haben wir mal rein, mit meinem Kaffee zusammen. Was ist das? Die Schranke lassen wir stehen, guck mal, da stehen zwei Sinsen. Cool. Da was? D-A-T-C suchen wir jetzt. Also suchen wir mal. O-H-G-E, 649-8-O-H-A-G-N. Dann haben wir nur noch hier. D-C, O-H-A, 1-0-O-H-A-B-N. Dann bin ich wieder über das Kippenschild überfahren. D-A-P-L brauche ich nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Was brauche ich? Äh, näher fast. 5.2, 5.2, da drin steht noch ein 5.2. 5.2, da 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 steht noch ein 5.2. 5.2, 2. Ich brauche 5.2, 0. 6. 6. 6.4, da steht noch ein 5.2. 6.4, da steht noch ein 6.2. 4.3, 2.3, 2.4. 4.4, da steht noch ein 6.3. 8,99 €, hervorragend. Jetzt gucken wir mal der Reihe nach. Erst die Reihe, dann die andere Reihe. Das muss doch möglich sein. Nein, nein. 5,2,2, den will ich nicht haben. F.U. auch noch. 6,4, 8,5, 3,5, 1,0, 2,1,6, 2,5,7, 2,1,2, 5,9,8. 8,8,0. Und eine Drehung. 2,5,6,4. Aber ein PL. 5,12. 5,2,2,6 ist da. Den halte ich mir mal offen. Nicht, dass sie sich in der Zahl geirrt haben und statt 0 eine 2. Aus welchem Grund auch immer. Ich weiß nicht. 5,2,3,5,1,0,6,9. 1,9, das ist unindesant. Das ist in Dermedau. Der hat kein Kennzeichen. Die C. 2,5,0,5. Was? 2,5,0,6. 2,5,0,5,0,5. Das ist wieder ein 5,2. Das geht ab hier. Das ist ein PL. PL 80 960. Genau. Dann machen wir hier. Genau. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Das dauert doch ewig hier, ist ja scheiß Sucherei, ne? 9, 6, 2, 0, der hier, DL 8, 0, 5, 2, 4, 2, das ist die 19, das ist ein GM, GL, I, A, GE, 5, 2, 15, 148, G, J und GE. Alles uninteressant für mich, ich brauche 5,296, alles andere ist uninteressant. Ja, Kühne und Nabel, Auflieger, was geht denn ab hier, Sander da, 6,4, 220. Der Saison ist aber da, oder? Der hat keine Bedeutung. Der ist uninteressant. Und das ist OHA GV. Wir haben hier 213, 1078, DH ist uninteressant, GM ist uninteressant. 3319, der hat wieder keine Nummer. G, E, W, G, X. Pass auf, E, 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 was der geil. DC, 98. GE, 112. Kühne und Nabel, sag ich doch. Da steht nämlich auch einer. Ich mag sowas gern. Ja, ich mag sowas liebend gern den ganzen Tag, nur in der Gegend rumgammeln und irgendwelche Aufliecher suchen, ach, ich mag sowas gern, hört mal, ich mach nichts anderes als nur in der Gegend rumgammeln und irgendwelche Aufliecher suchen, bäh. Die SKK DW 411, das war's, wir sind durch. Ich bin mit meinem Latan am Ende. DATC 5206 Angekommen ist er um 4.25 Uhr. So, jetzt, wo war der eine gestanden? Zweiter Reihe, glaube ich, ne? Ich glaube, auf der anderen Seite war er gestanden. 5.2, das war er nicht. DC 6.4 Den wollte ich mir offen halten. Wollte ich mal gucken, ob der, ob die Nummer stimmt hier. 5.2, 4.1, da ist er. Den wollte ich mal gucken, ob da die Nummer hinten stimmt. Das ist der einzigste, wo Kai kein Kennzeichen vorne dran hat. Das ist der einzigste von den ganzen, äh, Aufliegern hier. Moment, für einen Augenblick.